Hi, schön, dass du da bist. Ich hoffe, es ist in Ordnung für dich, wenn ich direkt auf den Punkt komme, weil deine Zeit sehr wertvoll ist. Mein Name ist Sascha, bin 35 Jahre jung und bin im Bereich Gesundheit, Fitness und Lifestyle selbstständig. Mit unserem Produktkonzept geben wir den Menschen die Chance auf ein gesünderes und vitaleres Leben. Also wir sorgen für mehr Lebensfreude. Mit unserem Geschäftsmodell bieten wir dir die Möglichkeit auf ein Zusatzeinkommen und damit ein erfüllteres und vor allen Dingen auch freieres Leben. Also wir sorgen für mehr Freiheit und Spaß im Leben. Wenn das Ganze für dich interessant klingt, schlage ich dir nur folgendes vor. Du nimmst dir ein paar Augenblicke Zeit und schaust dir die beiden kurzen nachfolgenden Videos an, damit du für dich herausfinden kannst, ob das Ganze spannend für dich ist. Bis dahin, viel Spaß dabei, dein Sascha.